Der echte Arthur aus dem Hotel. Ich bin gefälscht. Ich schwöre ich bin gefälscht. Ich bin einfach so ne Klassikversion von dem. Ich weiß nicht warum wer du bist. Oh ne Scheiße. Ich bin echt so ne Klassikversion. Keine Ahnung wie du das sagst. Aber ich schwöre ich auch mein Leben alter. Jo das ist wirklich Zwangsstörung. Also das ist wirklich ein Problem. Da hast du vollkommen recht. Ja. Dieser gute Mann kommt aus der Schweiz. Ja. Ich bin voll dicht. Es freut mich wirklich, dass du mich besuchst. Mich auch. Ich kenn dich noch von Facebook damals. Das ist toll. Soll ich jetzt die Story erzählen? Was ist denn für eine Story? Mit der Taschenlampe. Hä was meinst du? Ja auf jeden Fall. Ich hab mir selber mit der Taschenlampe in die Fresse geblendet. Weil guck die leuchtet die ganze Zeit so. Ja. Dann guck ich da drauf und drück da drauf. Auf jeden Fall ja. War schon komisch im Moment. Das ist wirklich schön, dass du hier bist. Ja oder? Wollt ihr jetzt eigentlich mitfahren? Ja klar. Wir haben drei Tickets. Ich sollte da sitzen. Nee danke. So Max. Jetzt dürft ihr einsteigen und mit einem kräftigen MULM. Hey. Jetzt ins Riesenrad. Scheiße meine Marke. Warten sie mal. Meine Marke. Hier ist sie. Hier ist sie. Danke. Junge. Mit einem kräftigen MULM. Oh Gott. Junge, Junge. Hey. Der Arthur. Ah. Junge. Huuu. Hahahaha. 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 Junge. Zum Glück ist das nicht so hoch wie die anderen Riesenräderer. Ja ich war auf jeden Fall noch nie so besoffen auf dem Riesenrad. Hahahaha. Hahahaha. Junge. Du bist da super dran. Es war so groß wie das Riesenrad aufgenommen. Hahahaha. Ihr Schweine. Ihr verdammten Erdlinge. Hach. Hach. Wackel mal ein wenig. Der Blick kommt Paranoia wenn ich das mache. Hach. 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 Nur ausser sie auf den Scheiss... Ich hab mal die Fresse! Und ihr kommt alle hier rein oder was? Ich hab mal die Fresse! Jaja, jetzt kommt alle hier rein, Alter! Was ist los mit euch? Ihr nur auf den Scheiss Knopf drückt, Mann! Ja, kannst du mal bitte den Besuch im Hotel zusammenfassen? Also es war auf jeden Fall mal chillig... Und... Hm... War ein bisschen verwirrend...